Ja, wie ihr sehen könnt, bereitet der gute Apfel-Fan-Tüchtig, so heißt er, bereits schon ein bisschen Essen vor. Denn es kommen bald sehr viele Gäste und für die muss er natürlich etwas auch zu essen bieten. Oder was ist denn da für die Gäste? Er ist ja der ordentliche Mensch in der Stadt, der auch Bürgermeister werden will. Und da müssen dann eben noch hier die anderen Leute kommen. Lena, Lara, HGIC, muss kurz kommen. Tag Lara, was geht ab bei dir? So, der setzt sich direkt da hin. Und Lara, die kann jetzt mal direkt hier ein bisschen essen. Genauso wie auch Apfel-Typ essen kann. Ja, okay, dann warum die sich jetzt wieder in die Ecke stellen muss, weiß ich nicht. Das sind halt dumme Menschen, dumme Menschen, die... Ja, also irgendwie ist es gerade ein bisschen komisch, was die hier machen. Der stellt sich wieder halb in den Garten hier und sie steht auch da hinten. Dann bleibt nur noch abzuwarten, wie sich denn der Badehose-tragende Penner an solchen Tagen verhält. Erstmal tritt er die Mülltonne um, weil er ein guter Nachbar ist. Anschließend setzt er sich auf die Couch. Nein, dort nicht auf die Couch. Anschließend nimmt er sich ebenfalls einen Teller. Kommt aber nicht an Apfel-Fan vorbei. Doch, er geht durch ihn durch, weil er es kann. Und dann nimmt er sich den Teller. Und natürlich, als einziger, setzt sich heute der Penner ordentlich an den Tisch. Ja, sieht man, ganz so dumm kann der Penner anscheinend nicht sein, wenn er in der Lage ist, ordentlich zu essen. Dass die das nicht können, das ist Pech für die, aber Paul... Also, äh, nicht Paul, Fischpenner, er ist nur noch Fischpenner. Aber Fischpenner kann es. Fischpenner kann, das sehe ich sehr viel. Und ja, ich habe hier ein bisschen Essen überall im ganzen Haus verteilt, weil, wenn man ganz viel essen will, dann ist es natürlich wichtig... So, dass man natürlich hier mal... die Sachen hat. So, ein bisschen Steuern mitnehmen hier. Ähm, ansonsten kommen die Steuereinträger vorbei und holen euch eure ganzen Sachen da ab. Ähm... Ich habe doch Aufgaben eigentlich zu erledigen. Burger zubereiten. Ach, ich sollte Burger machen. Ich dachte, ich sollte nur Nudeln machen. Äh, nicht Nudeln. Ähm, 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 ähm. Ich habe vergessen, was ich gerade gekocht habe. Was essen die denn gerade da? Die essen gerade, ähm, äh, Käsetomaten-Toast. Genau, Käsetomaten-Toast. Ich dachte, man sollte das machen. Aber egal. So. Die anderen auch überhaupt nicht in der Lage irgendwie sich woanders hin zu bequemen zum Essen. Natürlich müssen sie, ähm, es so machen. Was ist das eigentlich für Knopf hier? Deine Sym-Ton-Informationen. Sims in deiner Stadt. Drei von acht. Neuer Wert deiner Stadt. Ach so, es können nur drei Sims in der Stadt leben. Ne, ich glaube, ich glaube, das, ähm, maximale, die maximale Anzahl an Sims erhöht sich. Äh, weil irgendwie nur acht Sims in einer riesigen Stadt ist irgendwie nicht so ganz das Beste, ne? Ja, ham, 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 ham. Der Bürgermeister stellt sich schön halb in den Garten. Gleich fängt es an zu gießen und, ähm, ja, das war's dann auch. Sie werden erstmal alle essen. Und dann sind wir auf diesen Knopf hier gekommen. Wenn man dann nämlich, äh, falsch drückt, dann, ähm, die Aufnahme beendet. Ja. Aber jetzt gehe ich einfach wieder rein. Äh, ja, genau. Sieht noch beim Essen hier. Hier noch immer so, ne? So sieht das aus. Der Penner ist als Einziger in der Lage, ordentlich zu essen. Und weil ich das Spiel eben gelöscht und wieder installiert habe, ähm, habe ich jetzt wieder ordentlich Geld bekommen. Weil wenn man lange nicht online ist, dann bekommt man Geld. Und deshalb habe ich jetzt 18.870 Simoleons dabei. Und dann dachte ich mir, ja, warum willst du dich mal einen neuen Sim hinzufügen? Du hast jetzt doch genug Geld. Oder zumindest eine neue Arbeit bauen für deine Leute. Oben ist aufgefallen, dass ich, ähm, vier, dass ich für die meisten Sachen vier Sims benötige auch. Vier Sims. Da benötigt das. Habe ich noch gar nicht freigeschaltet, weil ich da Level 11 für brauche. Karriere, aber es heißt Wissenschaftslabor. Das will ich jetzt nicht sagen. Ähm. Ist ein Wissenschaftslabor. Etwas, was man auf jeden Fall bauen kann. Das können wir direkt bauen. Und dann können wir auch demnächst unsere Sims anfangen zu arbeiten. Ähm. Ich weiß gar nicht, wo die Momente arbeiten. Ob sie im Moment noch hier alle Feuerwehrleute sind. Ich glaube, es sind alle Feuerwehrleute, nicht wahr? Ne, Fischpenner hat gar keinen Beruf. Warum sollte er auch? Er ist ein Penner. Der Penner der Stadt. Und die anderen arbeiten als Feuerwehrmann und als Feuerwehrmann. Obwohl ich es komisch finde, dass Lara HGIC ein Feuerwehrmann ist. Aber egal. Die werden demnächst alle ihren Job kündigen. Dann wird Apfelfern tüchtig zur, ähm, 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 ins, ähm, zur Wissenschaftslabor gehen. Und Fischpenner wird weiter arbeitslos bleiben. Und Lara wird wahrscheinlich Feuerwehrtyp, Feuerwehrfrau bleiben. Denn man braucht ja auch Feuerwehrleute. So, mir fällt auf. Meine Leute sind bald mit dem Essen fertig. Das ist gut. Und dann in zwei Stunden ungefähr kann ich dann auch mein neues Labor hier eröffnen. Sims wird jetzt wieder häufiger kommen, schätze ich. Ich habe hier mal irgendwie drei oder vier Folgen gemacht. Ziemlich dicht beieinander waren sie auch. Dann habe ich eine lange Pause gemacht. Dann habe ich wieder ein Video gemacht. Dann habe ich wieder eine ewig lange Pause gemacht. Und jetzt bin ich zurück. Ist das eigentlich neu, dass hier Autos langfahren? Oh, da sind auch vorher schon Autos hier langgefahren, die eigentlich niemandem gehören können, weil nur drei Menschen leben und die sind gerade alle bei dem hier. Ich weiß es nicht. Das ist ja deine Frage. Na gut. Ähm. Kann ich noch irgendwas bauen, vielleicht? Was haben wir denn hier? Kunstgalerie. Ach Gott, nee. Das ist doch kein Arbeitsplatz. Das ist doch ein Aquaris. Das ist doch hier. Herzenlicht und Gabel. Ein wundervolles Restaurant. Wollte ich mal essen? Fünf Sterne. Rathaus. Nein, Leute. Ähm. Da. Wird Apfel-Fan tüchtig arbeiten. Im Rathaus. Da würde er arbeiten. Sie wird Wissenschaftlerin werden. Er wird weiterhin arbeitslos bleiben. Also der Typ hier wird arbeitslos bleiben. Der wohnt ja noch in seinem Kabuf hier. Ich habe übrigens keine Upgrades hinzugefügt. Einfach gar nichts mehr Wichtiges gegeben. Er hat noch ein billiges Klo, ein Waschbecken und dann hier noch einen leeren Raum. Und dann hier noch ein Waschbecken mit einer Blume und einer billigen Uhr. Äh. Die er sich mal eben beim Penny um die Ecke gekauft hat. Ähm. Vor allem das Schlimmste ist ja, dass der zu Penny geht, um seine Sachen zu kaufen. Ich meine, hallo, geht's noch? Du kannst aber zu Aldi gehen, zu Lidl, meinetwegen auch zu Edeka, aber mein Freund, geh nicht zu Penny. Ähm. Obwohl, Edeka musst du auch nicht hingehen. Edeka ist auch nicht gut. Aldi, Lidl, da kannst du überall hingehen. Sky meinetwegen auch. Aber halte dich fern von Penny. Ja. Ja. Auch einer der Gründe, weshalb, ähm, Fischpenner nicht beliebt ist. Weil er bei Penny einkauft. So. Wenn sie sich alle mit Essen fertig sind, dann, was gleich der Fall ist, dann mit Apfelferen ein bisschen damit anfangen, ähm, Burger zu machen, für die ganzen Gäste hier. Denn Burger sind auf jeden Fall etwas sehr Leckeres, was jeder haben will. Ähm, ja. So. Esst bitte alle noch schnell zu Ende. Das wäre sehr freundlich. Ja. Wie viel hast du jetzt? Drei, zwei, eins. Easy peasy. Fertig bist du. Ja, nur, dass es irgendwie nicht angekommen ist, oder? Doch, sie ist fertig, gut. Äh, er wird auch gleich fertig sein, oder? Oder? Ja, ist auch fertig. Dann gehst du jetzt auch alle die Teller sauber machen, hier. Ähm. Ach, sie macht das jetzt auch so. Ich dachte, das macht jetzt... Egal. Ähm. Er muss noch ein bisschen weiterhin essen hier. Und dann im Anschluss wird er die nächste Speise zubereiten. Und zwar, er backst, ne, er soll nicht backen, er soll kochen. Er soll nämlich noch ein paar Burger machen, genau. Burger. Burger sind geil. So. Dann gehst du jetzt erstmal noch... Wow, warum er jetzt seinen Stuhl gewechselt hat. Beim Essen hat er gerade da gesessen und kaum ist er mit Essen fertig, wechselt er zu einem anderen Platz. Naja, egal. Ähm. Er kann ein bisschen Gartenarbeit machen, finde ich. Denn dafür, dass der arme Penner arbeiten darf, finde ich, muss er auch was tun. Wie in den alten Tagen. Ähm. Und daher, mein Freund, gehst du jetzt was machen, was schön lange dauert? Ähm. Ich könnte dich jetzt Kürbisse anpflanzen lassen, aber ich bin nicht so fies und lass nicht 24 Stunden arbeiten. Ich lass dich lieber sieben Stunden lang mit Zwiebeln allein, mein Freund. Denn sieben Stunden mit Zwiebeln sind auch nicht so das Wahre, ne? So, mein Freund, hab jede Menge Spaß mit deinen Zwiebeln. Hehehe. So. So. So.